Hey Leute, es ist CrimeX hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir sind heute mal wieder zurück in dem Spiel Fuser. Ihr wisst doch, dieses DJ-Game von letztem Mal. Und heute werden wir richtig durchdrehen, denn heute habe ich einen echten DJ mit dabei, und zwar Robo Sonic. Was geht ab, Alter? Joß, los, Max. Alles gut, hat die Zeit. Ja, übertrieben. Wir werden heute komplett durchdrehen. Letztes Mal kam schon gut an bei den Leuten, aber ich habe so das Gefühl, ich bin voll der Amateur, so weißt du? Ich habe teilweise ein bisschen schlecht gemixt und so. Und du zeigst mir heute, wie wir das mal richtig machen, okay? Oha, ich werde mein Bestes geben. Okay, Leute, wer Bock auf das Game Fuser hat, Link unten in der Videobeschreibung, lass den Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, bevor wir hier auf die Stage gehen, müssen wir natürlich erstmal die richtige Musik in unseren Koffer einpacken. Und ich hatte letztes Mal, glaube ich, ein bisschen zu wenig Musik ausgewählt, also ich konnte hier wenig Variation machen. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was empfiehlst du mir denn? Was soll ich denn alles so in meinen Koffer einpacken? Oha, natürlich, also wenn du einen Gig spielst, musst du natürlich überlegen, für wen spielst du den? Ich kenne jetzt deine Audience nicht so, was deine Crowd so von dir haben wollte, deswegen würde ich immer sagen... Meine Crowd will durchdrehen. Die wollen einfach durchdrehen. Ja, also du kannst ja auf jeden Fall mal die Kendrick All The Stars kannst du mal shoppen, wenn du gerade eh noch ein bisschen was im Beutel hast. Sag, Leute, was soll der Geist? Post Malone? Ja, unbedingt. Post Malone gehört auch immer dazu, Leute. Den Dance Mock oder irgendwie so einen alten Klassiker hier, Comes the Hot Stepper, hau mal rein da. Wo ist das? Einen drüber hier. Ah, hier kann man, okay. 21 Savage vielleicht noch? Ja, mach. OPP, alter Hip-Hop-Klassiker. Wie viele? 16 Tracks haben wir jetzt hier mit dabei. Ich glaube, das sollte reichen für zuerst, oder? Da kann man auf jeden Fall was mitmachen. So, Leute, bevor wir auftreten, muss natürlich auch das Bühnen-Setup hier stimmen. Oh, Leute, guckt euch mal an hier. Können wir die Farben noch auswählen? Letztes Mal haben wir, glaube ich, hier dieses lila-mäßige. Dann nehmen wir heute mal blau. Mal letztes Mal. Dann können wir aber noch hier so Konfetti oder was das ist nehmen. Oh. Ja, komm, das müssen wir nehmen. Das müssen wir nehmen. Ach ja, Leute, natürlich können wir ja auch wieder Dings hier, Feuerwerk machen. Aber ich würde sagen, das reicht auch fürs Erste. RoboSonic, bist du bereit? Auf jeden Fall, mein Vogelfreund. Alter, du hast ja Leute da, ne? Du hast auch eine ganz schöne Audience. Oh, mein Gott, guckt euch mal diesen verrückten Vogel an. Okay, jetzt geht's los. Ich vertraue jetzt auf dich, Bro. Alles klar, hau einen Beat. Nimm mal ein blaues und gib den Party-Rock-Anthem direkt in die LMFO. Okay, okay. Oh, das ist ein guter Starter. So, Alter, du kannst aber auch einfach mal random irgendeinen Pick machen. Und ich versuche, dich mal so ein bisschen da durchzuschieben. Mal gucken, was passiert. Okay. Okay, also als nächstes müssen wir ja sowas Grünes hier auswählen, ne? OPP, die Gitarre, okay? Oh, okay. Phase 9. Ist schon mal nicht schlecht. Gibt's, dann mach mal 50. Komm, in der Club. Boah, das passt aber auch nicht so, oder? Ah, das ist ein bisschen schnell. Wir sind gerade ein bisschen schnell unterwegs. Ja, passt besser. Passt besser. Ja, okay. Dann würden wir gleich einen neuen Beat brauchen. Lass mal nach irgendeinem Hip-Hop-Beat gucken. Mit einem Hip-Hop-Beat? Ich glaube, jetzt müssen wir als nächstes noch so was Gelbes, ne? Hier, da fehlt noch was. Genau. Hau mal zum Beispiel hier von Get Busy. Kannst ja auch mal die Geige oder was das da für ein Symbol ist. So, hier können wir ein neues grünes Ding rauspacken. Neues grünes. Trap-Queen vielleicht. Ja. Trap-Queen. Gut, hauen wir rein. Oh, gar nicht mal schlecht. Und gucken wir mal nach einem neuen Blauen, nach einem neuen Beat. Holte Stars, okay. Get Busy raus, das rote Vocal. Der ist zu laut, ne? Also ich finde den Grund-Beat, so wie es jetzt ist, finde ich schon ganz geil. Weiß aber nicht. Mach mal einfach. Oh, das ist doch nice. So, wir hauen mal kurz alles raus. Und was, schau mal, du musst jetzt mal kurz eine kleine Challenge an dich. Ja. Du musst jetzt ein aus vier Sachen zusammensetzen, wo du sagst, das haut richtig rein. Gib mir mal den Beat von OPP. Den Beat von OPP, okay. Und machen wir mal ein bisschen schneller. Schneller, okay. Probieren wir mal was Neues aus, was wir noch nicht hatten. I Wanna Dance With Me. Oh, okay. Oder wie auch immer die heißt. Genau diese. Und dann machen wir mal die Vocals von 50. Die Vocals von 50 hier nochmal. Okay, dann gehen wir mal ein Tempo höher. Machen wir doch mal noch das Party Rock Anthem hier mit dem Beat, das Blaue vom... No. Okay. Oh, das hört sich gut an, finde ich. Ey, das finde ich hört sich gut an. Ja, und jetzt suchen wir nochmal nach irgendeinem gelben Ding, damit wir das komplett machen. Dann nehmen wir den Nigos. Ey, das ist geil. Alter, ich feiere das auch nochmal gerade. Ich glaube, Better Now von Post Malone würde auch hier voll gut reinpassen. Hau mal rein. Du kannst mal den Button da drücken. Ich weiß ab noch nicht ganz genau, was da passiert. Auf der rechten Seite gibt es diesen Riser. Was hier? Ne, ganz rechts noch einen weiter. Dieses Ding da kannst du mal so mit der linken Maustaste mal so da drauf drücken. Dann macht der halt so ein... Boah, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das gerade gemacht hat, dieser Knopf. Ich habe das auch noch nicht ganz verstanden. Aber manchmal wird man sich das wahrscheinlich auch im echten Leben wünschen. So ein Notfallknopf, der dann mit dem, was man gerade laufen hat, guckt der kurz, was ist irgendwie das beste Tempo, wenn die ganzen Sachen zusammenlaufen. Und macht dann so ein Build-Up und so ein Drop, wie man das vielleicht in so einer Show oder jetzt gerade bei so einem Format von so Veranstaltungen, wo du jetzt richtig viele Leute hast. Vielleicht so einen EDM-Sound oder was auch immer. So richtig Masse. So, RoboSonic, du hast mir jetzt einmal ein paar, so einen geilen Mix hier zusammen gemixt, würde ich mal sagen. Aber was hältst du davon, wenn wir noch eine Challenge machen? Und zwar würde ich sagen, du spielst jetzt mal und ich werde dir random vier verschiedene Songs geben und du musst daraus was Gutes machen. Und das kann Hip-Hop dabei sein, Schlager, keine Ahnung. Also, bist du bereit für die Challenge? Ich bin bereit. Okay, Leute, dann let's go. Schmeißen wir was in die Kiste. So, Max, wann spielen wir denn? Was ist denn unsere Tageszeit? Was gibt es hier morgens, mittags, abends, nachts? Ja, ich würde auf jeden Fall abends machen, oder? Abends oder Nacht? Einfach erstmal alles rausmachen, denn ich werde dir jetzt nur vier Tracks geben. So, dann ich würde sagen, ich gebe dir einmal, pack einmal Billie Eilish ein. So, dann scroll mal ein bisschen runter. Dann einmal bitte Bring Him Out. Oh, dann machst du ja Crank That. Ja. Und dann noch, wir brauchen noch ein bisschen was Vocal-mäßiges. Aber was, guck mal hier, Soulclap, Kumpels von mir aus New York sind da reingeraten. Ach, was? Sehr gut, mit denen habe ich schon gespielt, auf jeden Fall. Heftig. In Brüssel vor Jahren auf so einem Festival, genau. Heftig, Alter. Und dann würde ich sagen, scroll noch ein bisschen runter. Ach, nimm mal Happy noch von Pharrell Williams. Joa, das ist dankbar. So, let's go. Daraus will ich jetzt, dass du einen schönen Track machst. Die vier Dinger, alles klar. Okay, der. Boah, Pop Smoke Dance. Rein da, rein da, rein da. Okay. Aha. Schön mit Triller, Pfeife. Ist ja echt so, direkt durchdrehen. Scratch es, gib ihm, gib ihm. Oh, nice, okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, die BPM kann auch ein bisschen hoch, oder? Ja, mal schauen, mal schauen. Ja, guten Tag. Oha. Diese Triller, Pfeife, dreht durch. Alter, geiler Mix, ehrlich. Ach Gott. Wo war er denn? Das Vocal sollte eigentlich hier rüber. Alter, übelst nice. Okay, wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Pharrell. Ja, glaube ich auch. Ein bisschen, irgendwas fehlt noch, ne? Ja. Oh. Oha, oha, das passt nicht. Nice, nice. Das war ein schöner Beatwechsel. Ich will nochmal Jay-Z hören, was geht ab? Alter, nice, nice, nice. Ich sag dir ehrlich, das hört sich echt geil an. Ja, das war es, mein Mann. So, genau. Ja, Digga, was soll ich sagen? Robo Sonic hast auf jeden Fall die Challenge bestanden. Ich finde, das hat sich übelst nice angehört. Ich muss sogar ehrlich sagen, das hat sich noch besser als bei mir angehört, obwohl du quasi viel weniger Auswahl hattest. Fand ich echt nice. Leute, wenn euch das Gamefuser gefallen hat, Link unten in der Videobeschreibung. Lass dein Like und dein Abo da. Check gerne Robo Sonic aus. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crymax. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.